Was ist der Zusammenhang zwischen Diabetes und Aceton? Aceton ist ein Keton, das produziert wird, wenn der Körper gezwungen ist, Körperfett als primäre Energiequelle zu verwenden. Es gibt einen wichtigen Zusammenhang zwischen Diabetes und Aceton. Bei Diabetikern ist das Vorhandensein von Aceton ein Zeichen dafür, dass Insulin keine Glucose zu den Zellen transportiert. Hohe Acetonwerte können zu einer Erkrankung führen, die als Ketoacidose bekannt ist. Dies tritt auf, wenn sich eine große Menge Aceton im Blut ansammelt und schließlich durch Wasserlassen ausgeschieden wird. Menschen, die glauben, dass sie an Ketoacidose leiden könnten, sollten sich an einen Arzt wenden, um sicherzustellen, dass ihre Diabetes und Acetonwerte unter Kontrolle sind, da dies zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen kann. Hohe Ketonspiegel treten am häufigsten bei Menschen auf, die an Typ 1 Diabetes leiden, können aber auch bei Menschen mit Typ 2 Diabetes auftreten. Aceton beginnt sich im Körper anzusammeln, wenn ein Diabetiker die Mahlzeiten überspringt, keine verschriebenen Medikamente einnimmt oder nicht genügend Insulin verabreicht hat. Aufgrund der Verbindung zwischen Diabetikern und Aceton schlagen Ärzte häufig vor, dass Diabetiker ihren Keton- und Insulinspiegel regelmäßig testen. Dies sollte den Patienten helfen zu verstehen, wie sich ihr Lebensstil und ihre Diabetes-Behandlungsroutine auf den Körper auswirken. Neben dem Verständnis des Zusammenhangs zwischen Diabetes und Aceton ist es auch wichtig zu wissen, wie die Anzeichen des Aceton-Stoffwechsels erkannt werden. Ein häufiges Anzeichen dafür, dass der Diabetes- und Acetonspiegel einer Person nicht unter Kontrolle ist, ist das Vorhandensein von Aceton-Atem. Wenn der Atem eines Diabetikers ungewöhnlich fruchtig oder süß riecht, kann es sein, dass seine Lungen Aceton produzieren und freisetzen. In den späteren Stadien der Ketoacidose beginnt ein Individuum mit der Freisetzung von Aceton im Urin, der als Aceton-Uri bekannt ist. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Körper gezwungen ist, große Mengen an Fett zu metabolisieren, um genug Energie zu produzieren, um ein ordnungsgemäßes Funktionieren aufrecht zu erhalten. Wenn eine Person an Aceton-Uri leidet, hat ihr oder sein Urin möglicherweise einen starken oder ungewöhnlichen Geruch. Andere Symptome sind Durst, häufiges Wasserlassen, Übelkeit, Erbrechen, erweiterte Pupillen und Verwirrung. Diabetiker, die Symptome einer Ketoacidose aufweisen, sollten ihren Keton- und Blutzuckerspiegel testen. Geringe Mengen an Aceton im Urin oder Blut können normalerweise durch Trinken von Wasser, Essen eines gesunden Snacks oder Verabreichung von Insulin korrigiert werden. Wenn der Acetonspiegel hoch ist oder mit Erbrechen einhergeht, sollte der Patient sofort einen Arzt aufsuchen. Eine schwere diabetische Ketoacidose kann zu Koma und anderen gesundheitlichen Problemen führen, weshalb es für Diabetiker so wichtig ist, den Zusammenhang zwischen Diabetes und Aceton zu verstehen.